Will ich die Barmherzigen, die in der Liebe sind? Wir haben eine fraurige Nachricht euch mitzuteilen. Es ist vorbei. Es geht zu Ende. Unsere Zeit in Krakau, auf dieser Reise. Nach dem Ende. Es ist aus. Leute, es ist aus. Genau. Wir hatten eine ganz intensive Zeit. Ich hoffe, wir werden auch Freunde mit den Videos dabei zu sein. Mit uns, FM on Tour, mit den kleinen Episoden. Rachel, was nimmst du so mit? Was sind die drei Stichwörter von dieser Reise? Dich mitnehmen. Ja. Nummer 1. Ich lasse mich nicht früh pensionieren. Nummer 2. Ich stehe von der Couch auf. Gleich nachher. Nummer 3. Ich suche das Risiko. Und was Rachel damit genau meint, das könnt ihr auf der Webseite von Fisherman, in allen Videos, in den Ansprachen von Papst Franziskus, nachlesen und nachhören. Schön, dass ihr dabei wart. Mega toll. Aber heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Tschüss. Ciao. Die in der Liebe sind, denn sie werden Erbarmen finden. FM on Tour zum Weltjungen Tag nach Krakau.